Herzlich Willkommen zu diesem geilen Update zur geilen App MANY SMS. Ob die App denn wirklich geil ist, werdet ihr jetzt auf meinem Handy sehen. So, Herzlich Willkommen auf meinem Handy. Und zwar habe ich mich jetzt hier quasi angemeldet, eingeloggt in die App von MANY SMS. Und hier kann man auch schon sehen, 1,41 Euro reicht bisher verdient. Einnahmen aus empfangener SMS sind 1,16 Euro und liegt daran, dass ich einen Reflink genommen habe. Genauso wie unter diesem Video gibt es auch so diesen sogenannten Reflink. Da bekommt man 25 Cent geschenkt. Mindestaushaltungsbetrag ist 2 Euro. Mir fehlen leider noch 59 Cent. Abheben anfragen, passiert nichts. Also kann ich leider nicht machen. So und hier kann man sehen, die letzten 30 Tage. Also im Schnitt kommt hier so jeden zweiten Tag. Jeden Tag kommt so eine SMS. So circa. Und wir wissen ja, eine SMS steht hier, sind 2 Cent. Und wenn ich 2 Cent pro Tag verdiene, dann brauche ich ja schon mal 10 Tage für 20 Cent. Und dementsprechend 100 Tage für 2 Euro, die ich mir dann auszahlen lassen kann. Diese 2 Euro. Also 100 Tage. Ich werde jetzt gleich nochmal gucken, wann ich denn damit angefangen habe hier. Den wissen wir halt ein bisschen genauer. Und genau. Also so sieht es jetzt bei mir aus. Läuft schleppend, aber man braucht halt nichts machen. Das ist halt komplett passiv. Und wir sehen uns gleich wieder vor meinem Laptop. Laptop. Vor dem Laptop. Also ich habe gerade nachgerechnet. Das sind jetzt 93 Tage. Also am 15 Juni 2020 habe ich angefangen mit Money SMS. Und da habe ich auch direkt mal nachgeguckt. 93. Okay Moment. Ich bekomme nicht ganz eine SMS pro Tag, sondern ein bisschen weniger. Also ich wäre bei 1 Euro und 86 Cent, wenn ich denn jeden Tag eine SMS bekommen würde. Den ist nicht ganz so. Leider nicht. Ja schade. Wenn es nach mir geht, würde ich jetzt 200 SMS am Tag bekommen. Aber die kann ich nur nicht ändern. Das Ergebnis bis jetzt ist nicht so cool. Normalerweise hätte ich ja jetzt die 2 Euro. So hätte ich schon zusammen. Wegen den 25 Cent, die man ja noch dazu bekommt, wenn man den Reef Link nimmt. Hier unter dem Video ist übrigens der Reef Link. Und ja schade. Aber okay. Jetzt warten wir noch die restlichen 50 Tage, 60 Tage ab. Und dann gucken wir mal, ob wir es denn auch auszahlen lassen können. Die ganze Knete, die fetten 2 Euro. Ähm. Und dann komme ich zur abschließenden Beurteilung. Ähm. Möchte ich mich jetzt erstmal ein bisschen zurückhalten. Aber ich denke ihr seht es mir an. Toll ist nicht. Okay. Gut. Leute. Das wichtigste im Leben ist diesen Kanal zu abonnieren. Also. Jetzt hier unten. Auf den kleinen Dingsi. Viereckchen. Oder runden Abo. Pünktchen ruf gehen. Mit einem erscheinenden Abonnieren Button. Und da ruf klicken. Und dann habt ihr diesen geilen Kanal abonniert. Also. Jetzt den Kanal abonnieren. Wenn ihr Bock habt dem Video einen Daumen hoch heben. Wir sehen uns denn zu diesem Thema. In ein bis 100 Wochen. Also irgendwann. Wenn ich es endlich mal beantragen kann. Die Kohle. Die 2 Euro. Und dann werden wir mal sehen. Ob Money SMS denn tatsächlich. Ausbezahlt. Um dieses Video nicht zu verpassen. Müsst ihr den Kanal jetzt abonnieren. Leute. Also. Abonnieren. Mir bleibt nur noch Ciao zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.